Okay, also du musst ihm zweimal am Tag so eine fette Pellung Tabetten legen. Was machen wir da? Was ist mit ihm? Ach, der fällt mir wieder hin. Das dauert noch ein bisschen. Auf jeden Fall musst du ihm ab und zu mal die Windeln wechseln und ihn auf Toilette begleiten. Ach, hör den auf! Das ist echt so. Nein, das ist ein bisschen frei. Das ist schön. Nein. Und du hast noch mal einen Milchreis. Also das wäre auch ein bisschen zu tun, wenn du die Woche machst. Oh, helfen Sie mir! Ich mache einen Mund-zu-Mund-Beatmung! Herr Bernd! Herr Bernd! Komm! Geben Sie mir einen Kuss! Nein, Herr Bernd, ich muss ihn hochheben! Ich mache einen Mund-zu-Mund-Beatmung! Ich mache einen Mund-zu-Mund-Beatmung! Komm bitte, schnell, komm! Schnell! Diesmal ist ernst! Ich mache die immer eine Mund-zu-Mund-Beatmung! Ich mache die Mund-zu-Mund-Beatmung! Ich mache die Mund auf! Nein, 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 nein! Ich mache die Mund-zu-Mund-Beatmung! Ich mache die Mund-zu-Mund-Beatmung!